So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder in Grey. Ich hab mal kurz in eine Komplettlösung reingeguckt, um zu wissen, wie wir weiterkommen. Cheater! Mich zwar... Ja, ja, mich zwar weiterhin nicht gespoilert, aber da wäre ich nicht drauf gekommen. Beziehungsweise aus Ausrastern wäre ich wahrscheinlich doch drauf gekommen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Weil ich war ja nichts gegen, ich habe gegessen. Ja. Wir dürfen nämlich einfach zurücklaufen. Und dann ist diese Wand auf einmal weg. Und dann müssen wir nämlich durch die Tür, wo der Penner rauskam. Der da noch immer drin ist. Also musst du ja das eben doch erledigen müssen, sollen tun. Wahrscheinlich. Ja. Gib mal an. Ich mach mal eben hier ein Safe State. Oh, oh, oh. Das wird doch nichts. Alter, guck dir mal mein Leben an. Ja, ich sag mal gerade, oh, 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 oh. Nein, das ist... Was qualmt denn da? Da qualmt doch was? Ja. Was soll das? Keine Ahnung, aber jetzt können wir hier durch. Und sind in einem neuen Bereich. So. Was ist denn das, ein U-Bahn? Scheint so, ne? Ja. Ach, scheiße. Wie willst du denn jetzt mit der Energie weiterkommen? Das bringt doch überhaupt gar nichts. Keine Ahnung. Huch, wo bin ich denn jetzt? Na bock. Was? Was? Oh! Fick dich. Äh. Okay. Mom plus Dad. Ja, und jetzt? Weiß nicht. Guck doch mal, ob der die Schriften an der Wand einen Hinweis geben. Oh, guck dir mal an. Oder du gibst einfach die Tür da. Ah, das geht natürlich auch. Natürlich. Okay, da kommt... Ura. Natürlich, natürlich, sicher, Dicker. Oh, die Musik ist aber grad cool. Schade, dass du die nicht hören kannst. Ja, ich höre sie einfach später. Bei Empopeln. Freue ich mich. Gott damn it. Huch, was ist denn jetzt? Dass hier aber auch so gar nichts an Energie herumliegt. Oh, nächstes Chapter, mal wenigstens mal etwas. Das war volle Energie? Nein. Echt? Ja, das ist Großpech, Mann. Ja. Sometimes it's better to run and avoid the enemy rather than blah. To finish them off. Ja, weißt du Bescheid, ne? Ja, super. Ich bin überglücklich über diese Info. Das heißt, du musst jetzt einen auf Daddy's Little Girl machen und rennen. Ja, das ist die beste Idee, die du je hattest. Vor allem, den kann man an manchen Gegnern wie mit dem Krabbelspaß, die da grad nicht vorbeirennen, ne? Ja, an solchen Gegnern nicht. Aber an andere Gegner. Was? Boah, diese Ladewild, Jimmy, die gehen mir so auf den Senkel. Okay. Die brauchen immer so extrem lange, bis die fertig geladen sind. So, jetzt müsstet's gleich weitergehen, ja. Oh Gott. Hey, ich sehe nischt. Alter, tun die mir was? Ich kann's dir grad nicht sagen, bei mir ist nämlich einfach nur Pixel. Ach, komm, gleich noch. Hier sind ganz komische Babys auf dem Boden. Die sitzen da einfach und spielen mit Messern. Ernsthaft? Ja, so verstümmelte Babys. Ah, stirb, stirb. Okay, sind einfach dissipiert. Und hier fliegen ganz viele Gegenstände herum. Was geht denn bitte hier ab? Kannst du wieder sehen, Marcel? Äh, nee, es fängt sich gerade irgendwie nicht, nicht wirklich. Obwohl, na, doch langsam. Ganz, 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 ganz langsam. Gemach, gemach. AAAAAAAA! Schreist du mich so an? Entschuldigung. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ich hab dir gar nichts getan, du Arsch. Du Arsch. Du Arsch, du Blöder. Ah, fuck. Oh, oh, oh. Schrotflinte, her damit. Und jetzt gib mir noch ein bisschen Leben. Was ist das? Bist du Leben? Nein, du bist ein Akku für meinen Akkubohrer. Hm. So disappointed. Bringt der eigentlich das gegen Gegner? Vernünftig? Ja. Okay. Was haben wir hier? Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang gehen soll. Soll ich jetzt durch die... Ach, ich schwere hier einfach mal zwischen und gehe mal. Upsa. Heide Witzker, jetzt sehe ich es vernünftig. Ja. Ja. Das ist toll. Die Welt sieht aber irgendwie komisch aus. Ja. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich hab etwas für Sie zu erledigen. Für wen? Oh Gott, was ist das? Was ist das, Marcel? Keine Ahnung. Das sieht aus wie ein totes Kind. Nö. Fick dich, totes Kind. Achso, totes Erwachsenes. Oh. Okay, jetzt haben wir drei Wege, wo wir lang gehen können. Und kein Rückweg mehr. Die links. Links. Alaska. Mach mal Licht. Also, ja. Ich hab Licht. Wow. Das schälen welche. Hey, Leute. War ja ein sehr vertrauenswürdiger Weg. Könnt ihr mir helfen? Und nicht angreifen? Ey, nicht einfach verschwinden. Ich hab auch Schiss. Ja, aber die können weg. Du nicht. Das ist sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Da kommt was, da kommt was. Ein Hund. Ein hässlicher Hund. Ah! Okay, der war mal ein Hund. Ich hasse Hunde. Also, im Spielen. Ich mag das nicht. Warum ist das nur Hunde sein? Keine Ahnung. Ah, das ist doch ehrlich. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ah, mach ihn tot, 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 mach ihn tot. Er hat mich tot gemacht. Ah, Mann, no. Warum hast du noch keine Schussverfüllung gehabt? Weil beide leer sind. Ich hatte für die Schrotflinte, glaube ich, zwei oder drei Schuss. Cool. Sehr geil, ne? Warum habe ich gesagt, geh nach links? Warum hörst du auch auf mich? Weil du ein Mädchen bist. Weil du ein Mädchen bist. Weil du ein Mädchen bist. Sind wir jetzt immer noch links? Ne, wir sind wieder bei der Tussi. Ich will links nicht mehr. Gehe rechts. Warum nicht? Das ist scheiße. Du gehst links nicht mehr lang. Wenn du das Spiel richtig wählen kannst, ist mir das auch egal. Gehe es nicht dahin, wo die Hunde sind. Ich sehe aber nichts. Ach, jetzt sehe ich wieder was. Wenn jetzt auch noch Hunde kommen, dann kotze ich. Warum? Hast du Angst vor Hunden in Horrorspielen? Ja, ich mag Zombiehunde nicht oder Monsterhunde. Das ist... Ne, weiß ich nicht. Like a pussy? Das und Babys. Oder Kinder. So als Zombie oder Monster. Was zum Teufel ist das? Das ist das Schlimmste, was es gibt in Horrorspielen für mich. Was? Nochmal. Zombie. Ich habe jetzt... Zombie und Monsterhunde. Und Zombie-Babys oder Monster-Babys. Das ist das Schlimmste, was es gibt für mich in Horrorspielen. Oh! Was? Irgendein beschissenes Rätsel. Ich bin einfach mal so durch den Boden jetzt gekracht, sofort tot. Warum stellst du dich auf die E1? Das ist ja viel zu offensichtlich. Keine Ahnung, warum nicht? Ich bin dafür, du probierst eine 5 aus, wenn da eine 5 ist. Eine 5. Warum? Weiß ich nicht. Das ist die goldene Mitte zwischen 1 und 10. 5 ist meine Lieblingszahl. Ist das jetzt... Warte mal. Nein, das war das. Wenigstens kamen da keine Monster. Vielleicht kriege ich da noch Hilfe. Upsa. Sind das eigentlich Batterien oder was ist das? Das sind Batterien, ne? Für was denn brauchst du Batterien? Ja, super. Das ist scheinbar hier für das Licht, aber irgendwie geht dieses Licht auch nie so wirklich aus. Muss ich dazu mal gestehen. Wann lass fliegen. Ich nehme die lieber mit nach. Er geht halt nicht doch aus. That's how Ara will. Ähm. Gibt es da irgendwo einen Hinweis? Ja, suchen wir jetzt alle nach blauen Foden. Guck mal, was ist das denn da? Das ist ein Reifen. Nein, das ist ein, ähm, keine Ahnung. Eine Kabeltrommel ist das. Also hier gibt es 7, 4, 1, 6 und was haben wir noch? Glaub ich. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Wo sind Zahlen? Stopp, dreh dich mal um. Umdrehen. Drehen, drehen, drehen. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Ja, ich bin nur lang. Warte mal, dreh dich noch. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich mal so lange, ganz langsam, bis ich stopp sage. Ich meine, ich habe gerade irgendwo Zahlen gesehen. Auf dem Boden, ja. Nee, 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 nicht auf dem Boden. Geh nochmal, stopp, bleib mal so stehen. Äh, bewegt dich mal ein bisschen da links. Da links? Links. Nein, nein, nicht vom Blicken, vom Laufen. Genau, jetzt lauf man gerade aus. Da, guck mal, was ist das da? 6? Nein, nicht da auf dem Boden, hinter dir. Hinter dir. Ja, was hinter mir? Guck den, guck den da, und jetzt hoch, da. Was ist das da? Der Zettel, da, in dem braunen Holz, da. Sind das keine Zahlen? Nee, doch, nein. Nee, das ist Flüchtling. Das sah, flüchtig sah es aus wie Zahlen. Deswegen. Gibt es denn hier irgendeinen Hinweis? Nein. Dann wirst du dich dadurch irgendwie raten müssen. Okay. Was hast du zu zahlen? 4, 1, 6 und? Von 1 bis 7, glaube ich. 1 bis 7. Vielleicht ist das ja so eine Art Sudoku. Und es gab ein leeres Feld. Okay. Aber vielleicht soll das eine 8 darstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Das hat man auch so gar keinen Hinweis gekriegt, was man hier machen muss, ne? Vielleicht musst du auch nur die Primzahlen benutzen. Ja, dann sag mal an. Aber es waren Primzahlen. Ich glaube, die, die nur durch die Selbstteil wahr sind, ne? Ah, Mann. Das heißt, 1, 3, 5, 7 und so ein Stuff. Müsste das eigentlich sein. 9 ist dann schon wieder keine Primzahl. 11 ist eine. 13. 17. 19. 21, 23. Durch 7, durch 3 und durch sich selbst halber. 23 ist aber eine. 24, 25, 26. 26 müsste, glaube ich, eine sein. Ne, doch. Nein, doch. Doch, 26 müsste eine sein. Aber so weit kommen die Zahlen ja gar nicht hoch. Ist ja egal. So, kick. Boah, ich werde verrückt. Also war es doch nicht die Primzahlen, nein? Nein. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, die Scheiße aufzuzählen. Jetzt hätte das aber auch wenigstens sein können. Vor allem, man hat ja überhaupt keinen Hinweis da drauf. Ne, irgendwie nicht. Aber jetzt bist du dreimal durch den Boden gekraut. Das heißt, das vierte muss ja richtig sein. Wieso muss das vierte richtig sein von acht Zahlen? Hast du nicht mehr in einer Reihe? Sind weitere noch fünf Zahlen? Nein, ich habe acht in einer Reihe. Das ist eine Scheiße, warum? Oh, was für eine Scheiße. Ich hatte die leere Platte, ich hatte die Eins, hatte ich die leere Platte und die Zwei. Ach, jetzt war die Sechs. Wo sind die Sechs? Hallo Seite, traurig. Oder kann das sein, dass es daran liegt, dass die Zahlen so komisch verschwinden, wenn du danach rankommst? Ne, die sind alle eigentlich ganz klar. Okay, bei mir sind die so... Auf der Sieben kann ich stehen. Okay. Auf der Sieben kannst du stehen. Auf der Drei kann ich stehen, auf der Neun kann ich stehen, auf der Null wohl nicht. Auf der Sechs kann ich stehen, auf der Null kann ich stehen, auf der Zwei kann ich stehen, auf der Acht kann ich stehen. Auf der Sieben kann ich stehen, auf der Zwei... Also nur die, die richtig kräftig gezeichnet sind, die Farben. Okay, das war jetzt so billig. Aber das meinte ich, dass die einen so richtig schön blass sind, die anderen waren kräftig, ja, toll. Aber es waren noch ein paar Primzahlen dabei. So. Ach, guck mal! Zu Hause! Ja, Let's Play beendet. Dankeschön fürs Zugucken. Okay, mein Badezimmer sollte ich mal wieder säubern. Willkommen bei MTV im Home Crisps. 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 Ich guck erst mal, ob wir hier noch was haben. Das ist doch eine schöne Bude eigentlich. Da ist es nicht. Ja, und ich habe sogar einen Hund scheinbar. Das erinnert mich irgendwie an, an Dingens, an, äh, Paranormal. Oh, bitte, geh mir weg mit dem Film. Nicht Film, das Spiel. Achso, ja, das Spiel war doof. Ja, ich weiß. Oh Gott! Igitt. That's how I roll. Da komm! Tod! Ein Schlag! Ich hab PewDiePie geguckt, man merkt. Ich sag, man merkt, du hast PewDiePie geguckt. Ja. Was hab ich denn nochmal gesagt? Ich hab jetzt, ich konzentrier mich so auf das Spiel, ich hab ein kurzzeitliches Gedächtnis wieder wieder in Form von Fisch. That's how I roll. Was er auch immer sagt. That's how I roll. That's how I roll. Guckst du den auch, oder was? Der ist einfach nur genial, der Schwede. Also, dafür hat er ja Schwede? Ja, der ist Schwede. Steht auf seinem YouTube-Kanal, der ist Schwede. Schwede. Der kann Schwedisch. Nein, das ist ein Schwede. Ja. Ja? Interessant. Ich dachte immer, der wäre Amerikaner. Ich hab's auch erst gedacht, aber dann hab ich mir das mal angeguckt und eine Folge hat er auch komplett auf Schwedisch gemacht. Down! Sauber. Und jetzt gib mir einfach das Händchen. Wofür brauchst du das Händchen? Keine Ahnung, das lag da. Ich hab's einfach mal genommen. Musst du vielleicht die Frau da jetzt zusammensetzen, die in der Mitte lag? Oh! Nee! Oh, nein, nein, nein. Nicht du. Alle nur nicht du. Da steht jemand, da steht jemand, da steht jemand. Da kommt ja... Ja! Also, ich find momentan, dieses Projekt noch weiterzumachen, ist eigentlich regelrecht sinnlos. Ja. Weil jetzt nervt's nur noch. Oh, die Munition brauchst du... Ja. Ja, klar. Ich hab... Mal aufziehen, ich hab keine Munition und ich hab noch nicht mal einen Millimeter an der Lebensanzeige noch. Eins schlag, ich bin sowieso tot und Nahkampf kann ich vergessen. Da hast du dich mal richtig schön in die Scheiße geritten, würd ich sagen. Kannst du ja nochmal versuchen. Ich? Dann ist das mit in der Ausgangssituation, ne? Weißt du was, ich glaube... Ich versuch das jetzt nochmal. Komm her. Tod! Was guckst du so? Ich hasse es, Projekte abzubrechen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, doch. Hast du das auch schon mal gemacht? Ach ja, hier, Earthworm Jim, als du nicht mehr weiterkommst, ne? Beziehungsweise, da waren ja die Bugs drin oder sowas, ne? Das und es gab noch ein Spiel, was ich abgebrochen habe. Äh, Nautilus. Das Geheimnis der Nautilus. Sollte ein Point-and-Click-Adventure werden. Aber, dieses Spiel war dermaßen verbuggt, dass die Videosequenz niemals angefangen hat. Das heißt, du bist niemals, auch nur, du bist über Spiel starten gekommen. Du bist nicht aus dem Hauptmoni rausgekommen. Dann habe ich nachgeforscht. Das war dann allgemein so. Und dann solltest es angeblich Patches geben, die das beheben. Dann habe ich mir den runtergezogen. Und, äh, das hat dann immer noch nicht funktioniert. Na komm. Na komm her, du. Ich will wenigstens, wenn ich das Projekt beende, auch einen würdigen Abgang hinlegen. Euch mache ich jetzt noch kalt. Guck mal, da steht eine Tuse zwischen diesem Netzzeug. Jetzt ist sie weg. Na komm. Na komm, fick dich, Spiel. Jetzt habe ich keine Lust mehr. So, Leute. Ihr seht es selber. Tut mir auch wirklich leid. Ich werde es an dieser Stelle jetzt wirklich beenden, abbrechen. Weil es macht wirklich keinen Sinn mehr. Und ich werde es höchstwahrscheinlich, wenn ich irgendwann wieder Nerv auf das Spiel habe, werde ich das nochmal spielen für euch. Man kann auch keine Schwierigkeitsgrad einstellen oder so. Also es ist halt jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, okay, ich breche eben kurz ab. Spiel das nochmal von vorne. Eben leicht. Aber geht nicht. Geht nicht. Ich gebe nur auf diesen Grad. Irgendwann, wenn ich Bock habe, werde ich das nochmal für euch machen. Bestimmt. Dann werde ich halt auch zu Ende spielen. Dann müsst ihr euch das bei einem anderen zu Ende angucken. Aber tut mir leid. Aber das kriege ich ja nicht mehr hin. Schade. Sehr schade. Ich habe da aber gerade eine ganz gute spontane Idee. Aber das war richtig leicht. Alles klar. Gut, Leute. Es tut mir wirklich leid. Es kommt, na, irgendwas anderes Nettes. Die Amnesia-Custom-Stories werde ich jetzt mal vielleicht wieder nebenbei machen. Dann habt ihr da was Tolles zum Gucken. Aber das geht nicht. Also, hauen Sie rein, liebe Freunde. Und man sieht sich. Tschüss, mein Freunde. Ciao. Ciao.